Wir wünschen Ihnen noch mal einen großen Applaus. Das ist die Ungelegenheit, die liebe Safina Wieser von Beryl Gunnar. Hat leider nicht gekannt, dass wir zu den Mannschaften der Zwischenfinale. Wir hatten gerade die ganzen Möder, die wir jetzt schon mal in den Künstler der Karte von Warnschaften haben. Aber bei denjenigen, den Kumpel ist natürlich die Mausache. Aber alle anderen, wenn wir uns heute nicht noch befreuen, dann geht jetzt unser ganzes Kumpel auf dem Tisch. Nr. 1. Heute Abend bilden sich schon ein, die wir vielleicht noch haben. So viel auch noch haben wir noch. Robert Rauch gegen unser deutsches Zielspartei. Vielen Dank. Riesenapplaus. Vielen Dank. Danke. 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 Günther Börken und Janne Waffenhaus, der ist so ein und schließlich dafür eine auch das französische Duo Fritzina Kappal und Simon Muschi Leitertatisch Nummer 3 ist Armin gegen Wohle für Armin und Fabrizio der Lube und das Großartig ist Dinesy Leopax und sich wieder gegen Katarina Wetschi und Sarah Leopold Und anzüglich für das letzte Achtung Finale aus Das französische Start von Nitscherkland mit ihrem Partner Luka Malenowitsch und Sie sind dafür in der Auflassung und die nächste Duo Werner der Zosch und die US-Duo Die Jetschule aufgeschlagen sehr hoffentlich geht zwischen Deutschland und Brüssel und ich würde sagen alle vier mit uns wieder die Jetschule die Jetschule mit dem Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. 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 ... 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